Wie in einem anderen Feature-Film schon gezeigt, können die Kanten eines Morph-Elements als einer der drei Typen eingestellt werden. Sie können hart, ausgeblendet oder weich sein. Ausgeblendete und weiche Kanten sind standardmäßig nicht angezeigt und können nicht ausgewählt werden. Es ist möglich, ausgeblendete und weiche Kanten anzuzeigen, indem sie Planung, Morph ändern und den Menübefehl Verborgene Morph-Geometrie-Anzeigen aktivieren. Wenn dieser Anzeigeumschalter aktiviert ist, wird die Auswahl der ausgeblendeten Kanten mit einer gepunkteten Linie und Vorauswahl-Hervorhebung angezeigt, die Auswahl der weichen Kanten dagegen mit Strichlinien und Vorauswahl-Hervorhebung. Auf diese Weise können Sie die drei Kantentypen voneinander unterscheiden, wenn dieser Umschalter aktiviert ist. Es gibt eine zusätzliche Funktion im Zusammenhang mit diesem Umschalter. Wenn die ausgeblendete Geometrie nicht angezeigt ist, wird eine Fläche mit weichen Kanten angezeigt und als eine zusammenhängende Oberfläche ausgewählt. Wenn jedoch eine ausgeblendete Geometrie angezeigt ist, können die dreieckigen Flächen, die die ganze Morph-Fläche mit allen weichen Kanten der Oberfläche ausmachen, einzeln ausgewählt und geändert werden. Dasselbe gilt auch für die gebogenen und dazugeladenen Kanten. Die gebogenen Kanten mit nicht angezeigter verborgener Geometrie können als ein Einzelelement ausgewählt werden. Alle einzelnen Kantensegmente der gebogenen Kanten mit angezeigter ausgeblendeter Geometrie können ausgewählt und geändert werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.